Es ist wieder spät abends, die Sporteinheit wurde schon wieder verschoben und du wolltest eigentlich schon längst deinen Arbeitstag beenden. Aber es gibt immer noch so viel zu tun. Wenn du dann nach Hause kommst, fällst du einfach nur noch erschöpft ins Bett. Motivation für Training? Fehlanzeige. Und am nächsten Tag geht es genauso weiter und das Woche für Woche. Du merkst, wie du immer gestresster wirst, die Kilos immer mehr werden und jeden Morgen der Rücken zwickt. Wenn du dann mal freie Zeit mit der Familie hast, kannst du diese auch nicht mehr genießen, da du sofort aus der Puste bist, jedes Mal Angst hast, dass es dir in den Rücken fährt, wenn du dein Kind hochhebst oder dein Knie sticht, sobald du in die Hocke gehst. Die Freiheiten, den Erfolg und das selbstbestimmte Leben, das du dir durch die Arbeit aufbauen wolltest, rückt in die Ferne. Und spätestens, wenn die ersten Arztbesuche und medizinischen Eingriffe anstehen. Hättest du dir gewünscht, früher etwas für deine Gesundheit getan zu haben? Mein Name ist Leonard Kirsch. Ich bin Sportwissenschaftler und helfe gemeinsam mit meinem Team vier Beschäftigten in Stuttgart und Umgebung gesund und beschwerdefrei durch Bewegung zu werden. Dabei setzen wir auf eine individuelle 1 zu 1 Betreuung, bei der wir das Training an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen. Zudem findet das Training ortsunabhängig und zeitlich flexibel statt, so dass du dir lange Fahrtwege im Stuttgarter Verkehr ersparst, da wir zu dir kommen. Unsere Inhalte und Trainingspläne basieren auf zahlreichen Erfolgen mit Unternehmern, Selbstständigen und Führungskräften, denen wir in der Vergangenheit geholfen haben, wieder gesünder zu werden, beschwerdefreier zu sein im Alltag und vor allem auch besser performen zu können, wieder im Beruf. Außerdem haben wir es geschafft, dass sie die Zeit mit der Familie wieder stressfreier genießen können und vor allem auch beschwerdefrei sind, wenn sie mit ihren Kindern spielen. Denn eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder einfaches Joggen werden nie langfristig dafür sorgen, dass du gesund, fit, beschwerdefrei bleibst. Und du weißt auch ganz genau, wenn du so weitermachst wie jetzt bei deinem aktuellen Alltag, dann wird irgendwann der Point of No Return kommen. Wenn du also deine Fitness und Gesundheit wieder zur Priorität machen möchtest, dann trag dich jetzt auf unserer Website für ein kostenloses Erstgespräch ein und dann können wir uns mal ganz individuell deine persönliche Ist-Situation anschauen und vor allem, wie wir dir am besten helfen können. Ich freue mich drauf, dein Leonard.